Ho, ho, ho und damit öffnen wir das elfte Türchen auf unserem virtuellen Adventskalender. Mein Name ist Kirsten und ich möchte dir helfen, besseren Videocontent, besseren Audiocontent und vor allen Dingen bessere Livestreams für deine Kunden und Interessenten zu produzieren. Und das ganz einfach mit der Software, die du entweder schon hast oder die für dich relativ einfach zu bedienen ist. Und in dem heutigen elften Türchen oder hinter dem elften Türchen besser gesagt, verbirgt sich ein Tipp, nach dem ich immer mal wieder gefragt werde. Die Frage ist nämlich, darf ich während meiner Videos Musik verwenden und wenn ja, muss ich da was beachten? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass du während deiner Videos, Livestreams oder auch deine vorproduzierten Videos Musik verwenden darfst. Wichtig ist allerdings gerade in Deutschland, dass du auch die Rechte an dieser Musik hast. Das kannst du zum Beispiel einmal dadurch sicherstellen, dass du die Musik selber geschrieben und selber eingespielt hast. Eine Alternative dazu ist, sogenannte lizenzfreie Musik zu verwenden. Da gibt es Portale oder aber Musik mit Lizenz zu verwenden, für die du dann bezahlen musst. Also wenn du beispielsweise deine Videos bei YouTube hochladen möchtest, hat YouTube eine eigene Datenbank, die inklusive ist. Und das sind natürlich so aller Weltstücke, da ist jetzt nichts Besonderes dabei, aber gerade zum Anfang, wenn du das mal testen willst, kannst du die Musikstücke dann auch für deine Musikvideos beziehungsweise für deine Videos auf YouTube nutzen. Facebook hat mittlerweile auch so eine Funktion, dass du also bei Videos Musik hinzufügen kannst, die dir Facebook zur Verfügung stellt. Beides ist aber auf die Plattform bezogen und beides ist bezogen auf das jeweilige Profil, mit dem du da gerade unterwegs bist. Wenn du sagst, ich möchte ein bisschen individueller werden oder ich möchte ein bisschen was anderes machen, dann empfehle ich dir, zu einer Datenbank zu greifen, für die du entweder einmalig, monatlich oder jährlich bezahlen musst. Wir haben drei getestet und sind dazu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Datenbank Nummer eins, mit der wir angefangen haben, war Epidemic Sound. Das ist ein Startup aus Skandinavien, ich meine aus Schweden. Und dort kannst du eine monatliche Mitgliedschaft abschließen und dann die Musik, die du dort findest, für deinen Social Media Kanal verwenden. Allerdings, und das ist halt das Besondere, nur für einen Kanal. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe ein Facebook-Profil, da möchte ich Musik draufladen auf meine Videos und einen YouTube-Kanal, dann brauchst du gleich zwei Mitgliedschaften bei Epidemic Sound und dann wird es relativ schnell teuer, denn jedes Abo kostet um die 13 Euro. Und du darfst die Musik nur verwenden, solange du ein aktives Abo hast. Wenn du also irgendwann Epidemic Sound löscht oder kündigst, darfst du die Musik, die du dir vielleicht auch vorher runtergeladen hast, danach nicht mehr verwenden. Das bezieht sich nicht auf die Videos, die schon auf YouTube hochgeladen sind, aber da empfehle ich auf jeden Fall, die Lizenzen zu dokumentieren, falls mal später jemand sagt, Mensch, die Musik ist aber von Epidemic Sound und derjenige hat ja gar kein aktives Abo. Eine andere Alternative, die wir auch für ganz viele andere Dinge nutzen, ist Envato Elements. Envato Elements ist generell eine kreative Plattform, wo du dich mit einer jährlichen Gebühr einschreiben kannst und dann kannst du alle Sachen, die es dort gibt, Musik, Videos, Grafiken, Schriften, also wirklich alles, auch Video-Elemente, da kann man sich so richtig austoben, dann kannst du die Sachen wirklich verwenden. Auch da rate ich immer, nicht nur das Musikstück dann hinterher runterzuladen, auch die Information zur Lizenz, falls doch mal jemand bei dir anklopft und sagt, Mensch, du verwendest doch da ein Stück und hast du denn da überhaupt die Lizenz zu? Aber auch da haben wir festgestellt, die Musik ist okay, aber ist jetzt nicht so individuell, wie wir das gerne hätten. Daher sind wir Anfang 2020, also Anfang diesen Jahres, auf die dritte Datenbank gegangen, wobei wir die Datenbank Envato Elements nach wie vor nutzen, nur halt für andere Dinge und haben ein Abo bei Artlist abgeschlossen. Das werde ich auch gerne hier unten mal verlinken. Artlist ist eine Datenbank, wo junge Künstler ihre Musik hochladen und die werden dann durch dich quasi mitfinanziert, weil du eine jährliche Mitgliedschaft dort abschließt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da schon sehr viel tolle Musik gefunden und zwar nicht nur für die Livestreams, nicht nur für die Videos, sondern auch mal für die eine oder andere Meditation. Mit dem Link, den du hier unten drunter findest, kannst du Artlist erstmal kostenlos testen und dich da mal so ein bisschen umgucken. Und dann kannst du dir mal überlegen, ob das was für dich ist. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, denn es wertet auf jeden Fall die Videos auf, die du postest. Und ich meine, du möchtest ja im Endeffekt auffallen. So, und das war es auch schon mit dem elften Türchen. Wir sehen uns morgen, wenn wir das zwölfte Türchen öffnen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kommt gut ins Wochenende, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dann. Tschüss.